Hallo! Du hast Seitwärtsparkieren gebucht. Eine Königsdisziplin, wenn es ums Autofahren geht. Aber keine Panik, durch diesen Film und viel Übung wirst du das auf jeden Fall meistern. Legen wir gleich los! Bereite dich beim Heranfahren rechtzeitig auf das Manöver vor, indem du vor dem freien Parkfeld die Beobachtung machst und anschließend blinkst. Fahre jetzt nah an das geparkte Auto nach dem freien Parkfeld. Mache die Rundumkontrolle und orientiere dich zur Fahrtrichtung. Sobald deine Hinterachse an der Stoßstange des anderen Fahrzeugs vorbei ist, lenkst du voll ein. Wenn du etwa einen 35-Grad-Winkel erreicht hast, kannst du zügig gegenlenken. Das Fahrzeug sollte dabei immer schön langsam rollen. Schaue nun in den Außenspiegeln, dass du innerhalb des Parkfeldes bist. Zur Korrektur. Wenn du den Randstein mit dem hinteren Rad berührst, kannst du vorne ein Stück hineinfahren. Mit vollem Gegeneinschlag wieder zurück. Wenn du zu weit vom Rand weg bist, musst du nochmals in den 35-Grad-Winkel und das Stück, das dir zum Rand gefehlt hat, mit geraden Rädern zurückfahren. Nun kannst du wieder voll einlenken und ins Parkfeld fahren. Auch hier gilt, nur wenn du viel übst, wirst du sattelfest. Wiederhole deshalb das Manöver einige Male, bis du dich sicher fühlst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.